Beim letzten Mal wollte ich mitten in der Anstreicherei unterbohren. Bei diesem Mal steht jetzt auch die letzte Treppe zur Verfügung. Und ich muss mal zusehen, dass ich mit dem Streichen weiterkomme. Das ist eingetrocknet. Okay. Good. Bop. 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 Das kann ruhig noch etwas flüssiger werden. So, auf geht's, die Oberseite passt, dann ist jetzt die Rückseite fertig. So, auf geht's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das hat jetzt ein bisschen was vom Fließband gearbeitet. Genau deshalb geht es vielleicht auch so flott von der Hand. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.